Na ja, gut, gepflegt, das Äußere ist schon mal nicht schlecht. Und dann vielleicht einen guten Tisch, den man hat, wo noch Plätze frei sind. Und dann natürlich einen coolen Blick auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen Käse in die Mause fallen, dass man sagt, du, darf ich dir was ausgeben? Wo kommt ihr her? Aber die beste Flirttechnik hat uns der gute Herr Fierek natürlich verschwiegen. Das ist richtig geheim, wenn du als einziger Mann auf der Damenwiese bist. Das ist richtig geheim, wenn du als einziger Mann auf der Erde bist. Das ist richtig geheim, wenn du als einziger Mann auf der Erde bist. Das ist richtig geheim, wenn du als einziger Mann auf der Erde bist. Das ist richtig geheim, wenn du als einziger Mann auf der Erde bist.